Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr kennt das vielleicht, ihr wollt ein paar schöne Drohnenaufnahmen machen, fliegt bei bestem Wetter hier, ein paar Runden, macht tolle Aufnahmen, geht nach Hause, transferiert die Daten von eurer Drohne auf euren PC und dann sieht das Video aus wie das hier. Ein langes, langweiliges Video ohne Ton. Aber eigentlich wollt ihr sowas haben wie das hier. Und wie ihr das mit eurer Videoschnittsoftware hinbekommt, mit kostenloser Musik, das seht ihr in diesem Video. Also abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, lädt euch zurück und los geht's! So, wir sind zu Hause angekommen am Rechner und ganz kurze Info von weg, ich widme dieses Video zum einen dem Marcel und zum anderen den Stars, die mich beide darauf angesprochen haben, ob ich nicht mal ein Video machen könnte, wie man diese Videos, die aus den Drohnen rausfallen, dann in eine vernünftige Form bringen kann. Ich habe das letzte Mal schon ein Video gemacht zum Thema Bearbeitung, dann mit dem Final Cut Pro X, also einer Software für macOS und heute will ich das mal auf Microsoft Windows zeigen mit der Software Magix Video Deluxe, in dem Fall die Premium Edition. Damit habe ich selbst auch angefangen und würde gerne heute mal zeigen, wie man das Ganze damit machen kann, weil ich glaube, dass einige von euch auch einfach mit Microsoft Windows arbeiten. Kurze Warnung vorneweg, wir werden hier kein Komplett-Tutorial machen, also ich werde nicht jeden kleinen Schritt erklären. Es geht so ein bisschen darum, mal den Anreiz zu schaffen, was man damit machen kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie packe ich denn die Filme, die aus der Drohne rauskommen, eben ein bisschen geordnet in der passenden Länge in ein Video, so dass man sich das später auch nochmal gerne anschauen will. Denn was sagt die alte Drohnenbauernregel? Das schönste Video bringt nicht viel, wenn sich's keiner ansehen will. Also versuchen wir hier einfach, die interessanten Stellen in die passende Form zu bringen. Eine kurze Info vorweg zu diesem Programm. Dieses Programm ist kostenpflichtig, Magix Video Deluxe, gibt es in drei verschiedenen Ausprägungen. Dazu habe ich auch schon mal Videos gemacht, um dir Unterschiede zu erklären. Ich kann es wirklich aus eigener Nutzung empfehlen. Es gibt auch andere kostenlose Lösungen oder auch DaVinci Resolve zum Beispiel, was ein extrem umfangreiches Programm ist. Und wer die Muße hat und sich reinarbeiten möchte, kann ich jedem empfehlen, sich das auf jeden Fall anzuschauen. Ansonsten für einen relativ einfachen Einstieg und eine einfache Handhabung kann ich eben hier dieses Programm von Magix empfehlen. Für diejenigen, die in die Richtung gehen wollen, ein kurzer Hinweis. Ich habe also einen Link in der Videobeschreibung und einen Gutscheincode. Und wenn ihr über den Link auf die Seite geht und dann den Gutscheincode im Bestellvorgang eingebt, erhaltet ihr bis zu 25% Rabatt auf diesen Kauf. Das betrifft zum einen Bestellungen für neue Lizenzen, aber auch wenn ihr eine ältere Version habt und die auf eine neuere Version bringen wollt, könnt ihr, wie gesagt, diesen Gutscheincode sehr, sehr gerne nutzen. Okay, aber starten wir jetzt mal hier mit diesem Programm. Zunächst legen wir ein Filmprojekt an, in das unsere ganzen einzelnen Filmschnipsel nachher reingelegt und bearbeitet werden. Ich kann hier oben einen Namen angeben, zum Beispiel Drohnenflug. Und er legt eben hier einen Ordner an, wo diese Daten abgelegt werden. Das kann ich auch hier aussuchen. Und dann bestimme ich noch schnell, welche Auflösung mein Film hatte. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, auch 360-Grad-Kameras, HD-TV, also in dem Fall 720p, Ultra-HD, in dem Fall kann ich hier auswählen, ob ich 4K, sogar bis zu 8K mittlerweile gehen möchte. Das kommt eben darauf an, in welcher Auflösung ihr aufgenommen habt, beziehungsweise die Auflösung, die ihr nachher auch ausgeben wollt, auf dem Gerät, wo ihr es schaut, zum Beispiel auf dem Fernseher oder auf dem Smartphone oder eben bei YouTube. In der Regel macht es natürlich Sinn, eine möglichst hohe Auflösung zu nehmen, also die, die ihr aufgenommen habt. Denn im Zweifelsfall würde eben das Gerät, was weniger abspielen kann, eben die schlechtere Version darstellen. Aber ihr habt die meisten Bildinformationen dort mit drin. Die Framerate wird auch von der Aufnahme bestimmt. Das heißt, das habt ihr vorhin eurer Drohne eingestellt. Da könnt ihr ja die Bilder pro Sekunde auch in den Kameraeinstellungen bei zum Beispiel der DJI Mavic Air 2 oder der Mini 2 will ich auswählen. Was ihr hier machen könnt, ist die Medien in den Projektordner kopieren. Das heißt, ihr könntet vorher auswählen, was ihr importieren wollt, aus zum Beispiel der SD-Karte. Und ihr würdet automatisch die Bilder der SD-Karte in diesen Ordner mit reinkopieren. Ich mache das nicht, weil ich sie vorher schon in einen Ordner auf der Festplatte kopiert habe. Aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Gut, dann erstellen wir jetzt mal ein neues Projekt. Wenn das Programm das erste Mal startet, sieht es unter Umständen anders aus. Und zwar so. Und dann werden die Bilder hier unten anders angeordnet. Hier oben sehen wir die verschiedenen Videos der Drohne, die ich gemacht habe. Und ich kann diese Bilder oder Videos hier nehmen, festhalten und kann sie unten in diesen Bereich ziehen, meine sogenannte Timeline. Also der Bereich, wo sich daher alle Videos aneinanderreihen. Das ist dann hilfreich, um erst mal die verschiedenen Schnipsel zu sortieren. Denn ihr seht, er reiht das jetzt einfach hintereinander auf und zeigt sie dann als Blöcke an. Ich möchte aber gerne direkt auf diese Ansicht hier wechseln. Man sieht es hier auf der rechten Seite in diesem Timeline-Modus. Das bedeutet, ich habe hier verschiedene Videospuren, die übereinander liegen können. Und dann habe ich alles in einem Blick und sehe auch genau, wie lange meine Filmaufnahmen sind. Ich kann das Ganze hier größer und kleiner machen. Entweder hier unten mit dem Minuszeichen mache ich diese ganze Timeline kleiner oder ich kann auch die Steuerungstaste festhalten und mit dem Scrollrad nach oben scrollen beziehungsweise nach unten scrollen, um es zu vergrößern oder zu verringern. Und jetzt kann ich eben hingehen und kann meine Aufnahmen auch hier in diese Timeline legen. Wie ist das Ganze aufgebaut? Ich habe, wie gesagt, verschiedene Spuren, die auch übereinander liegen können oder auch ineinander greifen können. Das bedeutet, ihr seht, ich habe jetzt hier diesen kurzen Schnipsel und wenn ich hier meinen Cursor mal über diese Aufnahme bewege, dann sieht man, hier bin ich über diesen Streifen geflogen und hier vorne, wenn ich meinen Cursor hier hin bewege, mit dem Marker sieht man, hier bin ich über das Feld geflogen. Und ich kann jetzt diesen Schnipsel nehmen und kann ihn auf eine andere Spur legen, in dem Fall darunter und das Video hier wird dann über dieser Spur angezeigt. Das heißt, wenn ich hier entlang fahre, seht ihr, das wechselt jetzt auf das untere gelb markierte Video und springt hier wieder zurück auf das obere Video. Und das ist einfach wichtig zu wissen, weil ich dann genau bestimmen kann, zu welchem Zeitpunkt was angezeigt werden soll und was eben oben drüber liegen soll. Denn es gibt ja durchaus Sachen, die einfach oben drüber gelegt werden sollen, wie zum Beispiel Texte. Das heißt, ich kann auch hingehen und kann sagen, ich hätte gerne aus dem Vorlagenbereich eine Bauchbinde, also eine kleine Leiste, nehmen wir einfach mal die hier, die ich gerne hier reinziehen möchte, lasse das los und dann, wenn ich mit dem Cursor drüber fahre, seht ihr, dass wir, wir machen es mal ein bisschen größer, dass wir eben hier diese Bauchbinde, diesen Textbereich haben, der auf diesen Spuren liegt und somit überhalb des Videos angezeigt wird. Und dann kann ich hier eben schöne Beschriftungen reinmachen und würden dann, während wir über diesen Streifen fliegen, einfach diesen Text anzeigen lassen können. Einige Vorlagen für diese Möglichkeiten gibt es eben hier in diesem Bereich. Ich kann auch über den Store noch weitere Sachen dazukaufen, wenn das optisch eben was ist, was mir besser gefällt, kann ich das Ganze auch nachträglich erweitern. Okay, aber damit haben wir schon mal gesehen, okay, es gibt Spuren, ich kann die Videos übereinander legen und kann auch bestimmte Elemente über dieses Video legen an der passenden Stelle, um das Ganze einzublenden. Das kann ein Text sein, das kann ein Bild sein, das können aber auch andere Videos sein, die ich in diesen Spuren verteilen kann. Und natürlich auch, und da kommen wir auch gleich noch zu, Audiosignale, also Musik zum Beispiel. Gut, dann würde ich das jetzt nochmal kurz hier wegnehmen. Ich markiere diese ganzen Objekte und drücke auf die Löchentaste und nehme diese ganzen Objekte mal aus unserer Timeline raus. und jetzt schauen wir uns ganz kurz nur an, wie ich verschiedene Elemente von meinem Film zusammenstellen kann, damit sie interessant bleiben. Denn wenn ich zum Beispiel dieses Video hier in die Timeline lege und schaue mir die Gesamtlänge an, dann sind wir bei diesem Element, ich nehme es mal nach vorne, hier ist der Nullpunkt, also 0 Sekunden, über 5 Minuten Aufnahme in einem langen Schnipsel und das ist total langweilig, sich das anzuschauen. Und ich kann jetzt hier hingehen und eben nur die interessanten Teile herausschneiden. Das kann ich auf zwei verschiedene Varianten machen, entweder bevor ich es in die Timeline ziehe, das heißt hier lösche ich es nochmal raus, habe es aber hier oben markiert und drücke jetzt auf diesen Play-Button. Damit spielt er diese Sequenz hier in meinem Vorschau-Bild ab und ich kann während er das Ganze abspielt hier schön Markierungen setzen, um genau diesen Bereich, zum Beispiel hier diesen Start vor der Hecke und ich überfliege diese Hecke. Wenn ich das haben möchte, kann ich in dem Fall mit der Taste I meinen Startpunkt setzen. Als Inpoint drücke ich die Taste I und dann lasse ich das Video einfach ablaufen und dann warte ich auf den Punkt, wo ich meine Aufnahme stoppen möchte, hier, nachdem es über der Hecke ist und drücke die Taste O als Outpoint und damit habe ich diesen kleinen Bereich markiert. Wenn ich jetzt hier auf dieses Vorschau-Fensterbild gehe und halte es fest, kann ich das mit Drag & Drop eben hier in meiner Timeline ziehen, auf die eine Spur und damit habe ich eben nur diese, in dem Fall 4,5 Sekunden, als Objekt, während ich über diese Hecke fliege. Das Ganze können wir vielleicht hier noch ein bisschen verlängern. Das heißt, wenn ich hier am Ende greife und ziehe das ein bisschen nach hinten, dann nimmt er das, was noch mehr aufgenommen wurde, einfach mit, weil er das ganze Video ja kennt. Das heißt, wenn ich mich da oben verdrückt habe, kann ich es hier auch noch mal anpassen. Und damit hätte ich eben hier eine kleine Sequenz von jetzt in dem Fall circa 6 Sekunden. Ich starte, beziehungsweise hier geht es los. Wir merken ja, also wir können über den Cursor hier einfach festhalten und fahren und merken, okay, hier fängt das Video an. Dann kann ich mir hier vorne auch diesen ersten Bereich, indem ich hier mit der Maus an das ganz linke Ende dieses Schnipsels fahre und ziehe mit gedrückter Maustaste hier bis zu meiner Markierung, die ich gesetzt habe, habe ich hier genau den Start plus diesen kleinen Flug, man sieht sogar den Schatten hier der Drohne, eben über diese Hecke und fertig. Das ist dann der eine interessante Bereich von meinem Filmschnipsel. Und das kann ich eben dann für jeden Schnipsel und jeden interessanten Bereich aus diesem Rohmaterial verwenden, um dann die interessanten Teile vernünftig aneinander zu reihen. Kleine Vorwarnung, das ist eine Menge Arbeit, denn man muss natürlich erst mal das ganze Material auch sichten und schauen, was passt dann nachher auch zusammen. Und da wir ja ziemlich langweilige Aufnahmen ohne Ton haben, würde es ja Sinn machen, dass wir hier eben Musik drunter legen. Und genau das machen wir jetzt, denn gerade wenn ich plane, das Ganze bei YouTube zu verwenden, das kann ich ja einmal öffentlich teilen, aber genauso auch versteckte Links oder an bestimmte Personen freigegebene Videos versenden, dann habe ich die Möglichkeit, eine kostenlose Musikbibliothek auf YouTube zu verwenden. Das heißt, sobald ich ein YouTube-Konto, einen YouTube-Kanal angelegt habe, dann habe ich hier in meinem YouTube-Studio, da seht ihr das hier unten auf der linken Seite, die Audio-Mediathek. Und hier findet ihr extrem viele für YouTube kostenlos nutzbare Videos und Soundeffekte, die ihr eben dort einbauen könnt. Das Ganze kann ich hier oben filtern nach verschiedenen Kriterien. Einmal die Stimmung, soll das ein heiteres, lustiges Video eben sein oder fröhlich gibt es sogar hier. Beziehungsweise suche mir jetzt hier einfach passend zu meinen Aufnahmen raus, die ich hier nutzen möchte. Ich kann das hier auch mit dem Sternchen markieren, damit ich es später leichter wiederfinde. Und dann habe ich hier Möglichkeiten, eben das Ganze zu durchsuchen. Filtermöglichkeiten gibt es hier oben auch. Das heißt, ich kann hier auch nach der Dauer zum Beispiel filtern. Das heißt, wenn ihr eine bestimmte Länge habt, die euer Video gehen soll, könnt ihr auch ein Musikstück wählen, was die passende Gesamtlänge hat, damit die Musik sich eben nicht zwischendrin wechselt. Aber das könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr vielleicht auch mal das Musikprogramm zwischendurch wechseln möchtet. Eine wichtige Sache zum Lizenztyp steht hier. Einmal eben die YouTube Audio Mediathek. Diese Sachen könnt ihr einfach verwenden, selbst wenn ihr euer Video monetarisiert. Oder es gibt die CC Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr müsst teilweise Namen nennen oder bestimmte Sachen beachten. Das ist aber hier schön aufgeführt. Von daher, ihr könnt auch schauen, ich möchte gerne nur lizenzfreie Musik verwenden, um auch später keinen Stress damit zu haben. Und jetzt könnt ihr einfach hier vorne hingehen, könnt das Ganze anspielen, könnt ihr hier unten noch ein bisschen vorspulen. Manchmal gibt es eine kleine Sequenz am Anfang, die man erstmal überspringen möchte. So, ich habe ein bisschen gesucht und denke, hier habe ich was gefunden, was wir auf jeden Fall nehmen können. Wir haben mal kurz rein. Das ist eben so für ein bisschen schön langsam entspannt, irgendwo lang zu fliegen. Ich kann hier auf der rechten Seite das Ganze herunterladen und dann wird diese Datei als MP3 direkt in meinen Downloads-Ordner gepackt und ich kann sie hier in meinem Programm direkt verwenden. Dann kann ich unter meinen Benutzernamen gehen und da unter Downloads und dort finde ich dann diese MP3-Datei und die kann ich wie einen kleinen Videoschnipsel einfach markieren, festhalten und hier in meine Timeline ziehen, einfach unterhalb dieses Videoschnipsels und damit haben wir diese Audio-Datei hier unten als separate Spur angelegt. Man kann es ein bisschen schlecht erkennen, hier steht mit Rechtsklick, um diese Waveform darzustellen, das heißt, dass man es mal von Audioaufnahmen kennt. Ich kann das Ganze hier, wenn ich auf diese Linie fahre, auch noch eine Lautstärke verändern. Also hier ist dieser Greifpunkt in der Mitte und damit ziehe ich einfach die Lautstärke etwas runter und dann kann ich es eben so anpassen, wie ich es gerne hätte. So, und jetzt kann ich mich hingehen und kann meine Filmschnipsel, die ich mir erstellt habe und dann hier runtergezogen habe, genau zu den Stellen auch in der Musik anpassen, damit das schön zusammenpasst. Okay, gehen wir hier mal zurück in unseren Ordner mit den Videos, die wir gemacht haben und dort füge ich jetzt nochmal einen zweiten Schnipsel hinzu. Hier habe ich zum Beispiel einen, ja so ein Jägerhäuschen umflogen. Da suche ich mir jetzt hier oben mal die passende Stelle raus, also da, da soll es ungefähr aufhören. Da drücke ich mit O meinen Outpoint und jetzt fahren wir eben hier mal zurück an den Anfang dieser Flugsequenz. Das ist dann ungefähr hier und drücke I für den Inpoint und ziehe hier wieder mit Drag & Drop diese Sequenz hinter meinen ersten Schnipsel und damit habe ich eben, nachdem ich hier gestartet bin mit meiner Drohne, die Möglichkeit in diesen Flug rund um das Jägerhäuschen einzusteigen. Das zwischen diesen beiden Sequenzen, man sieht hier Schnipsel A, Schnipsel B nennt man Schnitt und das kann entweder so ein harter Schnitt sein, ein Hardcut, dass ich eben keinen Übergang habe, sondern einfach nur Bild A, Bild B wird eingeblendet und das kann ich eben mit einem Übergang etwas weicher gestalten. In dem Programm hier ist ganz schön gelöst, ich kann einfach hier auf diese zweite, auf diesen zweiten Schnipsel klicken, halte den mit der Maus gedrückt und ziehe ihn etwas über diesen ersten Schnipsel drüber und man sieht vielleicht hier dieses Kreuz, was gemacht wird, das ist eine Blende, ein einfacher Übergang, eine Kreuzblende, die dann von dem ersten Bild langsam, ihr seht es hier, sieht man dann beide Bilder fließend ineinander, in diese zweite Sequenz einblendet und damit kann ich eben auch die Übergangsdauer von Einblenden bis Ausblenden des ersten Videos wieder komplett bestimmen und das ist ziemlich cool, weil je nachdem, wie ich das mache mit langsamer Musik, mache ich eben einen weichen Übergang oder selbst bei schnellen Übergängen ist es manchmal ganz cool, wenn ich so ein bisschen zumindest eine Überblendung habe, gerade wenn die Bilder nicht so gut zusammenpassen. Um die Feinheit noch ein bisschen weiter zu machen, ich kann hier beide Schnipsel markieren, das heißt mit der Steuerungstaste gedrückt halten, habe ich hier beide Schnipsel markiert und kann diesen Übergangsbereich zum Beispiel direkt hier über diesen Tonspurbereich hier legen, weil gerade da beginnt so eine besondere Melodie. dieses und damit sorge ich zum Beispiel dafür, dass dieser Übergang von Video A auf Video B direkt bei diesem passiert, so zum Beispiel. Ja, und damit kann ich dir versorgen, dass diese Emotionen aus dem Lied eben zu den Bildern passen, die ich einblende. Jetzt ist natürlich hier vorne unser Anfang zu lang, das Ganze kann ich auch ein bisschen korrigieren, indem ich hier zum Beispiel eine langsame Einblendung des Tons mache, das heißt hier dieser kleine Kreis, der erscheint, wenn ich an diese Ecke fahre, das würde langsam die Musik von komplett stumm an diesem Punkt zu voller Lautstärke an in dem Fall diesem Punkt einblenden. Und somit könnt ihr vorne noch ein Stück Text davor machen, ich mache das mal kurz, dann nehme ich unter den Vorlagen vielleicht mal einen kleinen Vorspann, die gibt es hier auch schon fertig, vielleicht hier so einen Titel, das fügen wir mal kurz hier ein und passen es von der Länge ein bisschen an, am Ende festhalten und dann schieben wir das genau passend hier zu unserem ersten Schnipsel. Ich ziehe es mal ein bisschen größer mit Steuerung und Scrollrad und damit hätten wir am Anfang hier diesen Text und wir würden nach dem Text hier unser Video einblenden. Ich kann genauso wie bei dem Ton auch das Videobild hier sanft einblenden lassen von schwarz in das volle Bild, das mache ich jetzt auch und somit hätten wir jetzt den Übergang von diesem Text am Anfang hier, den ich frei editieren kann, dann kann ich einfach hier markieren und kann hier meinen beliebigen Text einfügen und dann wird es wieder abgeblendet in schwarz und aus diesem schwarzen ging es wieder raus dann in das volle Bild und dann fliegt die Drohne auch los. Vielleicht ziehen wir es noch ein bisschen länger. Hier schwarz, einblenden, Drohne fliegt los, Drohne fliegt über die Hecke und dann kommt dieser Schwenk auf die zweite Sequenz. So, das haben wir jetzt gemacht. Ich lasse es mal ganz kurz durchlaufen. So, das waren jetzt die ersten Schritte, die wir machen konnten, um mal zu schauen, wie funktioniert das überhaupt hier mit dem Erstellen eines Videos anhand dieser einzelnen Bilder. Es gibt noch extrem viele Sachen, die man damit machen kann. Wie gesagt, das Einblenden von Texten mit diesen Bauchbinden, was ich vorhin genannt habe, dass ich eben dort auch für bestimmte Bereiche oder ich habe irgendwas vielleicht überflogen, was ich gerne extra markieren möchte, möchte vielleicht bei Urlaubsaufnahmen etwas dazu schreiben, was da passiert ist und dann kann ich mir das eben hier einfügen, kann meinen Text editieren und das Ganze wird hier schön eingeblendet. Daneben gibt es wirklich noch hunderte von Möglichkeiten, auch hier die Farben anzupassen, eine Korrektur vorzunehmen, ich kann Masken machen, Sachen ausblenden, etc. Also viele, viele, viele Möglichkeiten, die ich jetzt gar nicht in der Kürze der Zeit in irgendeiner Form ansprechen kann. Vielleicht nur eine Sache, wir haben die Möglichkeit, auch hier eine Bildstabilisierung zu machen. Das heißt, wenn ihr verwackelte Aufnahmen habt, was normalerweise bei einer Drohne mit einem vernünftigen Gimbal nicht passiert, aber wenn ihr zwischendrin auch andere Aufnahmen, Kameraaufnahmen aus der Hand gefilmt habt, könnt ihr das eben hier stabilisieren lassen durch die Software. Das heißt, ihr markiert hier, den Bereich, den ihr hier stabilisieren möchtet und könnt einfach sagen, Effekt anwenden und der berechnet eben die Wackler raus und versucht, das so gut wie möglich zu stabilisieren. Ganz tolle Sachen, die vielleicht die eine oder andere Aufnahme noch retten können. Okay, und damit kann man es eben auch dann Stunden und Tage zu bringen, um sich eben hier sein Video dann zusammenzuschneiden und vielleicht aus mehreren, ja, zig Minuten, also 30, 40 Minuten Film, vielleicht einen ordentlichen 2 bis 3 Minuten Film zu machen, wo die wichtigen und eindrucksvollen Sequenzen eben angezeigt werden. Das Ganze wird natürlich in dieser Form auch genau gespeichert und ihr könnt jederzeit nochmal hingehen und könnt das eben nachträglich bearbeiten, kleine Sachen anpassen, Rechtschreibfehler korrigieren oder sonstiges. Das ist vollkommen frei. Wenn ihr alles fertig habt, könnt ihr das Ganze einfach exportieren, also dann wird aus dieser Rohdatei dann ein wirklicher Film gemacht, das heißt, ihr geht hier hin auf Datei, Film exportieren und sagt, in welcher Form ihr das gerne hättet. In der Regel wird das sowas sein wie MPEG 4, was ihr einfach auch auf einfachen USB-Sticks öffnen könnt oder auch zu YouTube hochladen könnt, aber es geht hin bis zu einer Möglichkeit hier oben auf der rechten Seite, dass ihr ganze DVDs erstellen könnt mit verschiedenen Seiten und könnt sagen, was soll passieren, wenn ihr dann mit der Fernbedienung auf diese entsprechenden Felder geht, könnt diese Hintergründe alles bearbeiten. Wer da Spaß dran hat, da lässt sich also viel, viel Zeit mit verbringen und man kann da wirklich tolle Sachen machen von den Aufnahmen, die man gemacht hat. Ein Hinweis nochmal zu dieser Software, wenn ihr euch das anschaut, schaut euch gerne mal vielleicht auch das Video mit diesem Vergleich leichter verschiedenen Editionen an. Ich kann aber empfehlen für jeden, der sagt, okay, ich möchte damit ein bisschen was machen, kauft euch diese Premium-Variante. Es gibt da noch günstigere Varianten, aber die 30 Euro, glaube ich, sind zum Aufpreis oder so, das ist vollkommen fair, würde ich auf jeden Fall zahlen, um eben hier diese große Variante zu haben, weil dort viele Vorlagen mit drin sind, eben diese Bauchbinden, Texte, die ganzen kleinen Intros, kleine Outros oder die Möglichkeit, auch hier Bildschirmaufnahmen zu machen, wie das, was ich jetzt gerade mache, das ist nur in dieser Premium-Variante mit drin, aber schaut euch das gerne kurz vorher an. Okay, jetzt habt ihr vielleicht mal den kleinen Einstieg gesehen, wie man aus diesen einzelnen Bildern eben einen schönen Film machen kann. Und damit lasse ich euch jetzt erstmal loslegen und euren eigenen Film machen. Wenn ihr das Ganze testen wollt, es gibt auch von dieser Video Deluxe Version eine Testversion für, ich glaube, 30 Tage, kann man auch über den Link herunterladen, den ich unterhalb der Videobeschreibung eingepackt habe. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare und auch für konstruktive Kritik und andere Hinweise bin ich sehr, sehr dankbar. Und damit nochmal zurück aufs freie Feld. So, jetzt habt ihr gesehen, wie aus einem einfachen Video, was aus der Drohne kommt, dann ein ansehnliches Video für Freunde, Bekannte und sonstige Leute ist. Ich habe auch in dem Teil, als ich in dem Videoprogramm war, ein anderes Mikrofon verwendet. Gebt mir doch bitte mal euer Feedback, ob das gut war von der Tonqualität oder ob ich da noch was dran verstellen muss. Schreibt mir es gerne mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video jetzt geholfen oder gefallen hat, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch den Kanal, um keines der weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal.